Untertitelung des ZDF, 2020 Aber wie soll ich denn da rankommen? Untertitelung des ZDF, 2020 Gehen wir jetzt endlich Gehen wir jetzt Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Vielleicht schon Vielleicht sollten wir einfach verschwinden Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Und? Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Jetzt kannst du die Schale erreichen Aha Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Bereit wenn du's bist Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Wir stehen jetzt schon eine Weile hier Dann los Höchster Baum noch größter Mann Fangen größer als ich an Dämliche Rätsel Ist das die Antwort? Ja, klingt gut Schaffst du es? Schaffst du es? Natürlich schaff ich's Schreib es Frei Frei Ei, du siehst du siehst Sieh, siehst du hinzu Was ist das? Na zurück. Der mit dem Hundredn ist wieder da. Was will er denn jetzt? Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Nein. Es gibt Licht. Das muss reichen. Junge, deine Pfeile! Junge, deine Pfeile! Geh mal! Würdest du das Licht nach oben halten, könnte ich sehen, wohin ich schieße. Nutze deine Ohren. Pass dich an. Mach ich ja. 10. 10. 10. 11. 12. Ja! 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 Kannst du das Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterherhingst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Ja! Wie? Sag mal, du! Das ist echt schön. Aber land ich da bei T kümmert! Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Endlich, wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. 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 Das ist hier raus. Oh, 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 oh. Nein, steh auf! Oh, 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 nein, steh auf! Oh 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 Nein, das kann nicht sein Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler Ja No Ja Oh 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 Haben wir den Falschen geholfen? Ich... Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen?